Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Hallo und Willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 79, erschienen am 9. August 2023. In dieser Episode geht es mal wieder um einen Forschungssatelliten. Er heißt Wipes Pioneer und wird an der Hochschule Bremen gebaut. Mit diesem Satelliten möchte man neue und erweiterte Messmethoden für Raumfahrzeuge erforschen und dafür erprobt man einen neuen Ansatz. Wie das funktioniert und was dafür nötig ist, darum geht es in dieser Episode. Danach gibt es wie immer einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie ein etwas verschnupfter Lars Naber. Titelthema Diese Episode begann für mich beim Deutschen Kennzettwettbewerb 2023. Hier traf ich Tim Gust wieder und er erzählte mir vom Forschungsprojekt Vibes und vom Satelliten Vibes Pioneer. Daran arbeitet Tim aktuell an der Hochschule Bremen. Am 21. Juni 2023 hatte ich dann die Gelegenheit, die Hochschule zu besuchen und mit Tim Gust und seinem Professor über das Projekt zu sprechen. Guten Tag, mein Name ist Antonio Garcia und ich bin Professor für Luft- und Raumfahrt hier an der Hochschule Bremen am Institut für Aerospace Technologies. Was für Projekte machen Sie hier? Also Raumfahrt, es gibt ja ein eigenes Institut. Wir werden heute über ein konkretes Programm und ein konkretes Projekt sprechen. Was gibt es hier sonst so? Hier am Institut für Aerospace Technologies an der Hochschule Bremen machen wir mehrere Projekte zum Thema Raumfahrt. Insbesondere gibt es die Abteilung, sage ich mal, Raketenforschung. Also die Studenten bauen hier seine eigenen Raketen. Das Programm heißt Aquasonic und das findet statt im Rahmen von dem Stern-Raketenforschungsprogramm vom DLR. Das hat auch lange Tradition hier am Institut. Mittlerweile machen sie die dritte Rakete, die Aquasonic 3, wird gerade gebaut. Die erste Rakete wurde schon gestartet. Die zweite wurde gebaut und war kurz vor dem Start, aber dann kam Corona, wie so bei einigen Projekten. Dann konnte die Rakete nicht gestartet werden und wir haben gerade auch die Forderung bekommen für die dritte Rakete. Das findet statt unter Leitung von Professor Uwe Appel, der ist auch der Institutsleiter hier bei uns. Das sind so die Raketen und dann bei mir, ich bin ein bisschen neuer am Institut und ich kümmere mich mehr um das Thema Satelliten. Bei mir ist es mehr so, auch meine Fächer sind zum Beispiel Satellitentechnik und Orbitalsysteme und wir machen bei mir die Satelliten. Wir machen insbesondere ein Projekt namens Vibes, wovon wir heute sprechen werden und da können die Studenten ihre eigenen Satelliten selber bauen. Und die Idee ist, die Satellitentechnik zu digitalisieren, also mehr Intelligenz in die Satelliten reinbringen, sodass wir die Performance im Orbit verbessern können. Und da machen wir Studentenarbeiten, Masterarbeiten und da können tatsächlich die Studenten in ihren eigenen Satellitenprojekten forschen. Ja, Sie haben es schon gesagt, wir sprechen über Vibes und Vibes Pioneer. Was bedeuten diese beiden Begriffe? Ja, Vibes steht für Visionary Ingenuity Boosting European Spacecraft und das ist ein Begriff, den wir so etabliert haben, um das ganze Programm zu benennen. Das ist ein Programm, womit wir wollen Technologien entwickeln, die praktisch die Geräte, die wir heute alle im Alltag kennen, wie Handys, Kameras, die relativ kostengünstig sehr gute Performance liefern, im Weltall zu bringen. Praktisch, also Satelliten zu versehen mit mehr Sensorik, mehr Aktuatoren und Intelligenz, sodass sie praktisch die gleiche Technik benutzen, wie zum Beispiel ein Handy, das in der Lage ist, zu navigieren, sich selber seinen Zustand zu finden. Zum Beispiel salopp gesagt, ein Handy weiß, wenn man ihn dreht. Sofort. Und das ist, weil er ganz viele Sensorik mit sich bringt und diese Art von günstiger Sensorik wollen wir in den Satelliten versuchen zu verwenden. Und dafür steht Vibes. Und Vibes Pioneer wird eben dieser erste Satellit sein. Genau, in dem Vibes Programm haben wir den ersten Satellit, das ist ein 3U-CubeSat. Wir wollen klein anfangen, weil wir sind auch eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und das ist der erste Satellit, den wir uns überlegt haben. Das ist ein 3U-CubeSat, wie gesagt. Das kann man sich vorstellen, ein bisschen wie ein Schuhkarton, ein bisschen dünner, also 10 mal 10 mal 30 Zentimeter. Und da wollen wir unterschiedliche Techniken reinbauen, die uns erlauben, diese digitalen Technologien im Weltall zu erproben. Wie kam es zu diesem Programm? Wo kam die Idee her? Wir benutzen so alltägliche Sensorik für einen Satelliten? Also die Idee kam daher, dass ich habe bei OHW gearbeitet, mehrere Jahre, von 2011 bis 2020. Dann bin ich in die Hochschule gekommen und ich habe an unterschiedlichen Satellitenprogrammen gearbeitet. Und heutzutage, das waren spannende Projekte, die heutzutage entwickelt werden. Das erste war MTG, der erste Satellit wurde schon gestartet in 2022, also Ende letztes Jahres. Und am Plato, super spannende Projekte, Exoplaneten, zweite Erde entdecken und so weiter, sehr, sehr ehrgeizige Ziele, spannende Technik. Aber da Satelliten praktisch sehr teuer sind, muss eine sehr große und höhe Zuverlässigkeit gewährleistet werden. Die müssen sicher sein, sie müssen sicher funktionieren. Und das erfordert, dass jeder Entwicklungsschritt sehr gut bedacht wird und dass der Design vor allem die Zuverlässigkeit im Vordergrund hat. Das führt dazu, dass die Entwicklungszyklen relativ lang sind. Wir sprechen von sieben, acht, zehn Jahren, also zehn Jahre Entwicklungszeit nach der Vertragsvergabe ist keine Seltenheit. Und davor gab es auch viele Studien zu der Mission, bevor man die ganzen Millionen zusammenfindet, das man braucht für ein Satellitenprogramm, vergeht relativ viel Zeit. Das heißt, wir sprechen von zehn Jahren plus Entwicklungszeiten, getrieben vor allem von dieser Zuverlässigkeit. Man kann das nicht reparieren, man kann das nicht warten, es soll also 100 Prozent funktionieren. Und das erfordert, dass man das alles sehr konsequent analysiert. Und ich wollte ein bisschen raus aus diesen sehr lang entwickelnden Programmen. Gleichzeitig haben in den letzten zehn, zwanzig Jahren Entwicklungen hier on ground gefunden, Technologieentwicklungen, die die ganze Technik revolutioniert haben. Das, was wir heute sehen mit Handys, mit Drohnen und so weiter, hat der State of the Art hier auf dem Boden revolutioniert. Plus die Startkosten, die im Prinzip auch die Satellitenkosten treiben, sinken weiter. Haben schon gestartet zu sinken und werden auch in die Zukunft sinken. Das führt dazu, dass diese große Need for Reliability, für Zuverlässigkeit in Zukunft vielleicht nicht mehr da ist. Und das gibt uns die Chance, diese nicht, sage ich mal, 100 Prozent zuverlässigen Technologien vielleicht die Anwendung in den Satelliten zu finden. Dann kann man die Satelliten schneller entwickeln, weniger analysieren, in kürzere Zeiten entwickeln, weil wir Sensoren und Technologien auf dem Satellit haben, die uns erlauben, die Performance in Orbit zu erreichen, auch wenn der Satellit nicht in fünf nacheinanderfolgenden Analysezyklen durchdacht wurde. Und das ist ein bisschen die Idee von Vibes. Beim ersten Satelliten Vibes Palnear steht nun auf der Projektseite zu lesen The First Digital Satellite of the Future. Wenn ich das einfach mal übersetze, der erste digitale Satellit der Zukunft, dann stelle ich mir die Frage, waren andere Satelliten nicht digital? Was ist hier gemeint? Also gemeint ist hier, dass ich per Software aus den Erkenntnissen, die ich in Orbit habe, die Funktionsweise von dem Satellit verändern kann. So ein bisschen, um einen Vergleich auf den Grauen zu stellen, so wie moderne Autos heute aufgrund der Ascensorik, sagen wir Tempomat, Spurhalten und so etwas, ihr Verhalten ändern können, das kann mit Satelliten relativ schwierig sein heutzutage. Einfach weil ich den Zustand von dem Satelliten nicht kenne. Und was wir wollen, ist den Zustand in Orbit, so die Awareness von dem Satellit über seine Umgebung besser aufzunehmen. Dafür brauchen wir Sensoren. Und dann über diese digitale Daten, die wir haben, dann mit Software, entweder weil der Satellit sich das überlegt, oder weil wir vom On-Ground die Fähigkeit haben, das zu kommandieren, das Verhalten von dem Satellit in Orbit zu verändern, ohne die Hardware an sich anzufassen, weil man kann das nicht anfassen, deswegen digital, weil wir schicken Telekommandos aus den erfahrenen Daten, die dazu führen, dass der Satellit sich anders verhält. Ich habe gesehen, es gab vorher schon ein Projekt namens Vibes MVT. Worum geht es da? Da wollten wir ein sogenanntes Micro-Avortions-Test-Bet, weil das ist der erste Bereich, den wir digitalisieren wollen. Da haben wir angefangen mit unserem Partner. Wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und das heißt, wir arbeiten sehr industrienah. In diesem Fall arbeiten wir mit OHW und mit dem DLR. Und da wollen wir, MVTB steht für Micro-Avortions-Test-Bet. Also wir wollen Micro-Avortions untersuchen in einem Teststand, das wir zusammen mit OHW hier an der Hochschule Bremen gebaut haben. Und Micro-Avortions ist eine von diesen Störungen, die ich vorhin erwähnt habe, eine von diesen Sachen aus der Umgebung, die mir die Performance von dem Satellit verschlechtern kann. Das sind so, im Satellit befinden sich Sachen, die sich bewegen im Allgemeinen. Insbesondere gibt es so Reaktionsräder, die die ganze Zeit anrotierend sind. Die benutze ich typischerweise, um die Ausrichtung von dem Satellit zu verändern. Das ist wie ein Motor oder eigentlich ein ziemlich genauer Motor mit einer Schwunkmasse. Das erzeugt Störungen in der Struktur von dem Satellit, die sich propagieren bis zur Kamera oder eine andere Payload, empfindliche Stelle von dem Satellit. Und die möchten wir vermessen. Und dafür haben wir diesen Testbett gebaut, diesen Teststand, könnte man sagen. Die Erkenntnisse daraus sollen jetzt mit in Vibes Pioneer einfließen, später in einen richtigen Satelliten, der richtig auch ins All fliegen soll. Wie wird dieser Satellit aufgebaut sein? Was wird er enthalten? Genau, er wird die Komponenten enthalten, die wir in dem Teststand entwickelt haben. Insbesondere sind das ein sogenanntes Micro-Avortions-Measurement-Systems. Wir haben dafür kostengünstige Sensoren, Beschleunigungssensoren verwendet. Ziemlich genau die, die im Handy stattfinden. Und damit messen wir die Störungen, die der Satellit selber produziert. Also der wird auch ein Reaktionsräder haben. Dann strahlen sie, sage ich mal, Böse-Vibrationen aus, sagen wir mal. Und wir nehmen sie auf, erst mal mit den Sensoren. Dann, diese Vibrationen propagieren sich in Richtung einer Kamera. Das heißt, der Satellit wird das auch enthalten. Damit haben wir schon eine Quelle, eine Struktur für den Satellit. Wir hatten vorhin gesagt, das wird ungefähr wie ein kleiner Schuhkarton sein. Und am anderen Ende vom Satellit befindet sich die Kamera, die diese Störungen aufnimmt und schlechtere Bilder nimmt als möglich. Und da wir mit unserer Sensorik diese Vibrationen aufgenommen haben, können wir sie benutzen in zwei Richtungen. Nummer eins wäre es im Orbit. Wir können auch mit einem Stellglied die Kamera stabilisieren durch die Vibrationen, die wir aufgenommen haben. Das kann man sich vorstellen wie zum Beispiel eine von diesen Spiegelreflexkameras, die es heutzutage gibt, wenn man sie in der Hand hält und man auf den Auslöser drückt, aber das Bild noch nicht geschossen hat. Man hört so ein bisschen, wie die Kamera drinnen arbeitet und der Sensor stabilisiert wird. Das ist der zweite Teil. Wir werden also nicht nur messen, sondern stabilisieren am Satellit. Das wird noch eine Komponente sein vom Satellit. Und man kann auch danach die Bilder, die aufgenommenen Bilder, zusammen mit unseren Daten auf den Richtung Boden schicken. Und damit konnten wir mit den aufgenommenen Daten plus die Vibrationen dann die Bilder verbessern, die Produkte verbessern. Dazu wird auch der Satellit andere Komponenten tragen, die alle Satelliten brauchen, um zum Überleben, wie eine Solarpanel und so weiter und eine Funkmedium, also eine sogenannte Software-Defined Radio. Das ist noch ein Projekt, das hier an der Hochschule entwickelt wird, am Institute of All Space Technologies. Noch ein Professor, Professor Pike. Und die Daten werden nach unten geschickt mit diesem Software-Defined Radio. Und das steht genau im gleichen Sinne wie Vibes. Das digitalisiert den Teil vom Funken. Weil das ist ein Radio, das ich auch per Software modifizieren kann. Das heißt, abhängig von der Missionsphase, Satellitenlage, Operations-Konzept, kann ich verändern, wie der Satellit sich verhält in diesem Sinne, wie er die Daten nach unten schickt. Und das ist genau, was wir machen wollen. Das ist noch ein Beispiel für Digitalisierung. Mir interessieren jetzt andere Kanäle, andere Modulations-Skims. Und da per Knopfdruck kann ich den Satellit verändern. Ich sehe hier auf dem Tisch ein 3D-gedrucktes Gestell, das die Größe eines 3U-Cubesats darstellt. Das ist ja nun wirklich sehr kompakt. Also ich habe hier so eine Literflasche Mineralwasser. Ich hätte fast gesagt, wenn ich da einen Kubus drumherum baue, ist das ziemlich genau das. Sehr gut, als Beispiel. Sehr anschaulich. Das ist ja jetzt wirklich nicht viel. Also nicht viel Volumen. Ich weiß, dass man mit den Cubesats heute eine unfassbare Menge machen kann. Ist also nicht despektierlich gemeint. Aber wenn man es so in die Hand nimmt und so schaut, das ist eben nicht sehr groß. Wie schwer wird so ein Satellit werden? Ja, das wird um die vier Kilo wiegen. Und es ist natürlich eine Herausforderung, alle unsere Komponenten da drinnen zu platzieren. Aber genau deswegen, weil wir mit so Smart Sensoren und kleinen, skaligen Aufbauten arbeiten, das passt alles genau da drinnen. Also wir haben hier im Labor, da sehen Sie zum Beispiel den Teststand, da auf der Platte, wir haben so eine hängende Platte in einem Gestell, sodass wir die Vibrationen von allem da nicht sehen. Und auf der Platte, so 20 mal 20 Zentimeter, befindet sich in der Mitte so ein Reaktionsrad. Eine von den Reaktionsrädern, die wir fliegen wollen. Das ist so für einen etwas größeren Satellit. Aber da sieht man ein gutes Beispiel, das ist ungefähr 8 mal 8 mal 4 Zentimeter. Das wäre für etwas größer. Das heißt, wir werden in Reaktionsrädern fliegen, die etwas kleiner sind. Damit passen sie hier in den 10 mal 10 Kübsat. Und die Sensoren, die wir haben, sind auch da auf der Platte platziert. Wir haben vier davon mit so Aufnahmeelektronik und so. Und sie sind auch sehr klein. Sie haben so einen Footprint von 2 mal 2 Zentimeter. Und das beinhaltet schon die ganze AD-Wandlung, also Analog-to-Digital-Conversion. Und man kriegt aus diesen Mems kriegt man heutzutage schon digitale Daten, die direkt in einen Computer gehen. Das nächste in der Miniaturisierung, Sie sehen auch hier wieder mit solchen, das ist auch eine Entwicklung von den letzten Jahren, die sind sogenannte Kreditkartenrechner. Es gibt mehrere davon. Das ist als Beispiel hier eine Raspberry Pi. Damit arbeiten auch die Studenten. Und wir werden auch solche Komponents auf der Schelf, also nicht Raumfahrtspezifische Komponenten, sondern wir werden tatsächlich diese Art Kreditkartenrechner und die Chips, die darauf verbaut sind, wir entwickeln das zusammen mit der Fakultät 4 hier, also mit der Elektrotechnik, sodass wir unsere eigenen Boards für den Satelliten entwickeln. Und diese Chips kann man heutzutage relativ kunstig kaufen. Und deswegen kriegen wir das auch hin, in einem relativ kleinen, skaligen Satellit montiert. Zu den Komponenten nochmal gefragt. Sie sagen, man nimmt jetzt Komponenten, wie sie zum Beispiel in Mobiltelefonen oder vielleicht etwas drüber liegen. In der großen Raumfahrt, sage ich mal, hat man Komponenten, die sehr, sehr, sehr viel teurer sind, bestimmte Zertifizierungen durchlaufen haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, möchten Sie da ausdrücklich nicht hin, sondern Sie sagen, Sie schaffen es mit den Off-the-Shelf, also mit den Komponenten aus dem Regal. Und das ist auch eines der Ziele, dass Sie aktiv untersuchen wollen, ob es damit geht. Genau. Wir wollen in diesem Approach gehen, dass wir diese Komponenten auf der Shelf verwenden, weil wir denken, dass es möglich ist, dass sie funktionieren. Sie wurden auch mittlerweile getestet. Das ist auch ein Approach in dieser neuen Ära von New Space, dass man nicht unbedingt auf Space-qualifizierten Komponenten geht, weil wir werden in einer... Das Problem, weswegen man die Komponenten für den Weltraum qualifizieren muss, wie Sie gesagt haben, für grössere Satelliten und so, ist die Strahlung. Ein Problem im Weltall, wie wir alle kennen, ist, wenn man außerhalb von der Atmosphäre geht, die uns glücklicherweise schützt, mit den Magnetfeldern und so, ist man der Strahlung im Weltall ausgesetzt. Das Gute ist, mit unserem Satellit BIPES Pioneer werden wir auf eine relativ niedrige Erdumlaufbahn gehen, 500 Kilometer, und da haben wir Simulationen gemacht, über die Strahlung, die man da erhalten muss, und die ist nicht so hoch. Die ist niedrig genug, dass man mit normalen Komponenten für die relativ kurze Lebensdauer von so einem CubeSat, weil die CubeSats, dadurch, dass wir das so einfach wie möglich halten, zum Beispiel ohne Antriebssystem, wir können unsere Bahn nicht erhöhen. Und bei 500 Kilometern werden wir in einem Jahr Maximum wieder nach unten kommen. Das heißt, für kurze Lebensdauer und in niedrigen Erdumlaufbahnen kann man solche Komponenten verwenden. Und das hat man auch gesehen in anderen Missionen, die nicht unbedingt Space-Qualified-Komponenten verwenden. Beispiel sind diese Starlink-Satelliten von SpaceX, oder es gibt auch hier in Europa neue Entwicklungen von Rechnern, von zum Beispiel der Firma Ruag, die nicht unbedingt voll tolerant sind, dass nicht unbedingt auch unter grossen Strahlungsmengen arbeiten können, sondern auch für wenig anspruchsvolle Bahnen gemacht werden. Und das ist ein bisschen auch, was wir mit Bypes untersuchen möchten. Funktioniert das wirklich? Ist die Funktionalität im Orbit gewährleistet? Und das kann man ausprobieren. Und dann müssen wir mehr als zehnmal analysieren und dann neue Komponenten entwickeln und so weiter und so fort. Wir haben versucht, oder wir haben gewählt, absichtlich den Approach zu nehmen, lass uns das ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, mein Gott, wir haben nicht so viel Geld verschwendet, sage ich mal. Wir haben trotzdem, die Studenten haben gelernt, wie man einen Satelliten baut. Und wenn es nicht 100 Prozent funktioniert, wird es besser für den nächsten Satellit. Wenn Sie jetzt messen, Sie haben gesagt, Sie möchten Störungen messen, zum Beispiel Mikrogravitationen, durch Schwungräder an Bord von Satelliten. Als ich das gehört und gelesen habe, habe ich so den Eindruck gehabt oder mir erst mal die Frage gestellt, wurde das bisher nicht gemacht? Es wurde angefangen, aber die heutigen Satelliten messen über ihren Zustand relativ wenig und relativ langsam. Also ich messe Temperaturen, Spannungen, Ströme, die ich natürlich Richtung Boden schicke. Das sagt mir, ob der Satellit lebt oder nicht lebt, wie es ihm geht. Aber um Vibrationen, es sind nicht Mikrogravitationen, es sind Mikrovibrationen. Vibrationen. Lass uns den Begriff Vibrationen benutzen. Kann ich den Vibrationen? Entschuldigung. Kein Problem. Wir wollen diese Vibrationen messen und dafür brauchen wir einfach schneller zu messen, als das Ding vibriert. Wenn wir über Störungen von einem Motor sprechen, wir erkennen das alle, dass ein Motor brummt. Das heißt, man hört das in so hoherbarem Bereich. Das sind ein paar 100 Hertz. Das heißt, wir müssen dann bei Kiloherzen Daten aufnehmen, was typischerweise außerhalb von der jetzigen, Hauskeeping-Technologien von dem Satelliten gibt. Also sie sind nicht dafür ausgebaut. Und man hat bisher auch die Bandbreite, die reduzierte Bandbreite, die man hatte, nicht für solche Messungen ausgelegt. Auch weil, ehrlich gesagt, man mit den Daten nichts anfangen konnte. Ich meine, wenn wir auch diese Vibrationen gemessen hätten, man kann damit nicht unbedingt viel anfangen. Man kann den Satelliten nicht verändern, dass er etwas anderes macht. Und dann hat man einfach darauf verzichtet. Um den Satelliten so einfach wie möglich zu halten, hat man verzichtet auf schnellere, komplizierte Signale, die mir das Geld nicht wert waren. Wenn ein Satellit 600 Millionen Euro kostet, sind mir die Vibrationen, die auf dem Satellit passieren, nicht so interessant. Insbesondere, wenn ich nichts dafür machen kann. Man hat den Approach gewählt. Okay, dann analysiere ich den Satellit um den Ground. Im Rahmen von diesen 600 Millionen bin ich in der Lage, meine Vibrationen so gut vorherzusagen und so klein zu halten, dass sie mir die Performance nicht verschlechtern werden. Unsere Approach ist mehr, okay, anstatt fünf Iterationszyklen für, sagen wir mal, 100.000 Euro pro Zyklus, nehmen wir Sensorik mit für ein paar kleinere 1.000 Euro und Aktuatoren mit, auch die man heutzutage kaufen kann und vielleicht Dämpfer oder so etwas. Und die Messungen machen wir on-ground und in Orbit. Und damit sind wir in der Lage, den Satelliten besser zu bauen ohne den fünfmal durchanalysiert zu haben, sage ich mal. Daraus verstehe ich ein bisschen, dass es auch nicht viel früher ging, sondern dass die aktuelle Technik das überhaupt erst möglich macht. Kann man das so sagen? Ja, genau. So ein Beschleunigungssensor auf dem Markt kostet jetzt wirklich ein paar Euros. Und die Computer, die das in der Lage sind, das zu machen, die Chips, die Daten übertragen, sie kosten auch, also Components auf der Schelf, Ebene, hunderte, Zehner bis hunderte von Euros. Und die sind jetzt verfügbar und die kann man jetzt verbinden. Und deswegen wagen wir jetzt diesen Schritt. Die Satelliten, diese CubeSats-Entwicklung hat auch natürlich dazu geholfen. Man kann heutzutage für wenige 10.000 Euro so eine Messung im Weltall durchführen. Und deswegen werden wir die Ersten sein, die diese Art von mechanischen Verhalten vom Satelliten in Orbit aufnehmen werden. Gibt es vergleichbare Forschung anderswo? Wissen Sie von anderen Projekten, die ähnlich arbeiten? Es gibt ähnliche Forschung. Man hat ein paar Beschleunigungssensoren zum Beispiel platziert auf Integral. Das war schon vor mehreren Jahren. Aber auch in diesem Approach von New Space, das heißt, ein Beschleunigungssensor für den Gesamtsatelliten, extrem teuer, extrem zuverlässig entwickelt und dann ein paar Daten so aufgenommen. Aber mit den Daten hat man auch nichts an die Performance Sonnen-Satelliten verändert. Wir wollen dann mit einem viel kleineren Satelliten mit viel mehr Sensorik, wir wollen acht Sensoren mitnehmen, jeweils drei Achsen und dann hohe Datenraten nehmen, so dass wir wirklich den Satellit viel besser charakterisieren können. Und vor allem der Kick ist sozusagen versuchen, im Orbit diese Daten zu benutzen, um den Satellit zu verändern. Das hat man auf jeden Fall nicht versucht. Einfach aus dem Grund, das ist bisher zu riskant gewesen. Man möchte nicht einem Satellit zulassen, dass er selber versucht, seine Messprinzipien zu verändern aus den gewonnenen Daten, weil es konnte natürlich dazu führen, dass der Satellit die Daten falsch versteht oder falsch auswertet und dann, anstatt die Performance zu verwässern, die Performance verschlechtert oder gar stirbt. Und aus dieser, sage ich mal, Industriehaltung, so zuverlässig, so einfach wie möglich, hat man so etwas nicht gemacht. Aber wir denken, das kann man heutzutage wagen, wenn man wirklich darüber nachdenkt, dass die Kameras, die man in der Hand hält, das machen, dass die Autos, die wir fahren, das machen. Autos steuern die ganze Zeit die Geschwindigkeit, Abendlicht, Fernlicht, entscheidet ein Auto automatisch. Und das ist wirklich, wenn wir darüber nachdenken, das ist wirklich lebensgefährlich. Wenn ich einem gegenüber dem fahrenden Auto mit meinem Fernlicht schlagartig blenden würde, das wäre eine heikle Situation. Und das ist mittlerweile aber so erprobt, dass die meisten Autos das mittlerweile machen können. Diese Haltung wollen wir in die Raumfahrt einfach ein bisschen mit reinbringen. Ein bisschen Risikowagen. Klar, es kann sein, dass der Satellit nicht mehr funktioniert. Aber wir sagen, mein Gott, das habe ich ein paar Zehntausende von Euros verloren. Es passiert nichts. Und wir lernen dabei. Das Ziel ist, das Erlernte reinzubringen mit den Studenten, die das alles machen, die danach in die Firmen gehen werden, weil wir arbeiten sehr nah zu den Firmen. Und diese Denke ein bisschen von unten in die Raumfahrtindustrie reinzuschleudern. Jetzt haben wir die Komponenten. Wir haben ein 3U-Cubeset-Gehäuse, einen solchen Montagerahmen. Wo wird das Satellit letztendlich gebaut? Hier an der Hochschule Bremen. Genauso wie wir Raketen gebaut haben. Wir haben versucht, so viel Vergleichbarkeit wie möglich zu erreichen mit dieser Aquasonic-Rakete, die ich vorhin erwähnt habe. Dafür haben die Studenten auch Elektronik gebaut und die ganze Struktur gebaut und so weiter. Das heißt, wir werden die PCW-Komponenten, also die Elektronik, wird hier von der Hochschule designt und dann an Firmen bestellt und dann wieder reingeholt und die Komponenten drauf gelötet. Das kennen wir auch schon. Mit Strukturzulieferern kennen wir uns auch. Das heißt, die Studenten sind in der Lage, dann so Blueprints herzustellen aus den Prototypen, die sich hier gebaut wurden. Unsere Approach ist auch, sowohl für die Struktur als auch für die Elektronik, sehr schnelle Prototypen-Zyklen zu machen. Wie Sie sehen, wir haben hier 3D-gedruckte Strukturen. Für die Studenten ist heute so 3D-Drucken gang und gäbe. Wir haben auch Räume hier, wo man das machen kann. Wir haben auch eine mechanische und elektronische Werkstatt. Das heißt, wir erzeugen Prototypen sehr schnell. Damit können wir die Subsysteme an Firmen, womit wir schon gearbeitet haben, zum Beispiel für die Rakete und so, für die mechanischen Bauteile, die für uns hier als Maschinenbau-Fakultät zu kompliziert sind oder wo die Toleranzen sehr eng sind, das vergeben wir. Und wir arbeiten auch schon zusammen mit ihnen. Und für die Elektroniken genauso. Und dann wird es hier auch an der Hochschule zusammengebaut und getestet wird es auch hier in Bremen mit unserem Partner. Also OHW wird uns natürlich mit Know-how zur Verfügung stehen, sodass wir, sage ich mal, einen vernünftigen Test und Aufbauprogramm darstellen. Ich meine, wir haben gesagt, wir wollen New Space und wir wollen nicht so viel analysieren. Aber trotzdem, dadurch, dass wir mit OHW arbeiten, werden sie uns die erforderlichen Tests und so weiter mit begleiten. und für die Testfacilities können wir die von ZAHM hier in Bremen verwenden, von der ZAHM-Technik AG und da werden wir den Satellit qualifizieren und damit wissen wir, dass es funktionieren wird. Beim ZAHM hat es kürzlich ja schon eine Testkampagne gegeben im Gravitower Pro. Was ist dort vorgegangen? Ja, genau. Wir arbeiten auch zusammen mit dem ZAHM, wie Sie gesagt haben. Wir entwickeln unseren Satellit und in der Entwicklung von dieser Payload, von diesem Messsystem, womit wir die Störungen von dem Rad aufnehmen. Wir haben jetzt ein Niveau erreicht, das so empfindlich ist, dass wir vergleichbar mit den Standard-Messgeräten für Vibrationen mithalten können. Und dann ging es darum, tatsächlich das als Untersuchungsgerät zu benutzen. Und wir wollten gucken, ob wir in der Lage sind, das Verhalten von dem Rad, dieses Vibrationsverhalten, das wir gesagt haben, on ground, also auf dem Boden und beim freien Fall, bei Mikrogravitation, tatsächlich zu charakterisieren. Und das war für uns eine gute Entwicklungsplattform, weil es erlaubt uns, a, Sachen zu untersuchen, ähnlich wie wir im Orbit untersuchen werden, und b, unser Design auch so zu entwickeln, dass man das auch in so eine neue Situation ausprobieren kann. Das heisst, wir haben das Rad mit unserem Teststamm, mit unseren Sensoren, mit unseren Rechnern, die auch darauf aufgebaut waren, in den Gravitower fallen lassen. Das ist auch eine ganz tolle Entwicklung hier in Bremen, in dem Fallton von Zahn. Sie haben nicht nur den grossen Fallton mit sechs Sekunden Freifall im parabolischen Flug und so weiter, sondern sie haben auch einen kleinen, diesen Gravitower Pro. Damit hat man nur eine Fallzeit, eine freie Fallzeit von zwei Sekunden. Das ist wie ein Katapult. Es ist auch nicht im Vakuum. Das heisst, die Restbeschleunigung, die man hat beim Fallen, ist ein bisschen höher. Man hat ein bisschen höheren Rauschen. Man ist nicht wirklich so wie im Weltall am freien Fallen. Dafür hat man aber eine sehr hohe Wiederholungsrate. Das heisst, wir konnten an einem Tag 40 Mal den Katapult-Mode verwenden und dann gucken, was macht das Rad, genau, unser Reaktionsrad, was wir in dem Satellit haben werden. Wie verhält sich genau, wenn diese ganzen Lager, diese ganzen mechanischen Bauteile nicht unter 1G belastet sind, sondern genau wie in einer Rakete sozusagen oder in einem Satellit. Waren die Ergebnisse wie von Ihnen erwartet oder wurden Sie auch überrascht? Die Ergebnisse waren wie von uns erwartet. Wir konnten bisher keinen richtigen Unterschied messen zwischen den zwei Modi beim Freifall oder auf dem Boden. Das ist auch im Prinzip was uns der Zulieferer gesagt hat von dem Rad. Wir haben uns natürlich nicht den ganzen Aufbau von dem Rad erzählt, weil das ist ihr industrielle Know-how. Das ist übrigens noch ein Partner von uns, Bektronic Aerospace in Berlin. Die hat uns das Rad zur Verfügung gestellt. Und sie haben uns auch gesagt, aufgrund von dem mechanischen Aufbau denken wir nicht, dass ihr was da merken solltet. Aber es war für sie auch interessant. Wir denken nicht, ist so eine Aussage. Vermutlich nicht. Also wir sind experimentell Leute und wir testen es aus einfach. Das ist eine Rissenschance für uns, unter Mikrovibrations zu messen und eine Rissenschance, eine experimentelle, sage ich mal, Thesis oder Überlegung zu bestätigen. Und wir arbeiten auch, wir haben natürlich mit dieser Messung, in der man so bestätigt, zwei Vergleichsmessungen hat, die gleich sind. Dieses Gleich ist immer gleich auf einem gewissen Niveau. Ja, und wir haben auch so Vibrationsquellen und andere Störfälle für das Experiment entdeckt, wie zum Beispiel, das Rad war da angeschraubt an die ganze Kapsel, die 300 Kilo wicht. Das heißt, die Störungen, die wir gemessen haben, waren die Störungen, die eine 300 Kilo Kapsel bewegen mussten. Und deswegen haben wir eine gewisse Empfindlichkeit und eine gewisse Fähigkeit, Störungen zu messen. Aber wir haben gesagt, wenn das Rad mit einer Struktur von einem Satellit, wir haben vorhin gesagt, das wird irgendwie 4 Kilo wiegen. Wenn das Rad eine 4 Kilo Masse stören muss, dann kann es doch sein, dass es sich vielleicht bewegt. Und deswegen haben wir eine zweite Testkampagne gemacht, in der wir die Platte versucht haben, von der Kapsel zu entkoppeln. Was natürlich das Experiment vielmehr verkompliziert, dafür aber einen Faktor 100 in der Empfindlichkeit uns gibt. Das heißt, beim Freifallen muss das Experiment sich von der Kapsel entkoppeln. Das sieht man auch übrigens, die Kapsel, die wir verwendet haben. Die haben uns die Leute von der Zamm, von dem Fallturm freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Das ist auch das Gute, dass wir in Bremen sind. Ich meine, wir sind am beiden Enden von der Linie 6. Wir konnten die Kapsel hier herholen und damit auch ausprobieren. Wir haben Dämpfer entwickelt, sodass, wenn die Kapsel beschleunigt wird am Anfang, das ist so wie ein Katapult, dann beschleunigen sie uns und dann heben wir ab mit dem Flug. Und damit die Beschleunigung, die stattfinden, müssen nur eine Masse von zwei, drei Kilo bewegen. Und das wird, also wir haben die zweite Kampagne dafür benutzt, um die Flugtrajektorie mit dem Falltum und so weiter so zu optimieren, auch unseren Aufbau, weil es muss auch sicher sein, dass es muss abheben, aber nicht so weit fliegen können, falls es einen Unfall gibt oder so eine schlagartige Bremsung oder so, muss man ja sicher sein, dass die Platte nicht wegfliegt. Das wäre, das könnte ein bisschen schlecht enden. Deswegen muss es abheben, aber kontrolliert sein mit Stoppers und so, dass es nirgendwo weggehen kann, sagen wir mal. Das war die zweite der Kampagne. Und dafür haben wir jetzt den Aufbau und die Trajektorien, die Flugtrajektorien zusammen mit den Leuten von ZAM optimiert. Und das nächste wird sein, dass wir dann mit dem Freifluglerversuch plus die Messelektronik dann messen und dann vergleichen mit der erste Kampagne. Ich erwähne mal eben dieser Aufbau. Ich sehe also hier so, ja im Prinzip so eine Art Federung, auf die die Platte bei der Beschleunigung draufgedrückt wird. Ich habe auch ein Video gesehen, das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes zu dieser Episode mit verlinken. Da kann man genau diesen Vorgang eben dann auch sehen. Ah ja, es ist ein recht flexibles 3D gedrucktes Material. sieht so ein bisschen, ja wie soll ich das beschreiben, wie Waben aus, die ineinander verschachtelt sind und die kann ich etwas zusammendrücken. Das haben sich die Studenten zum Beispiel überlegt. Das ist etwas, wovon wir profitieren, von diesem 3D-Prototypen. Man kann heutzutage 3D drucken. Wir drucken zum Beispiel die Struktur von dem Satellit, das nennen wir Integrationsmodell. Damit bauen wir, sie haben vorhin gesagt, wo wird das gebaut? Hier und nach einer Prozedur, die wir uns mit diesen Integrationsmodellen überlegen. Das heißt, nicht 10.000 Mal BCO-Diagramme machen, was kommt nacheinander und CAD-Modelle, wie integriere ich das? Sondern wir bauen 3D-Prototypen von jeglichen Komponenten und wir bauen den Satellit mit Plastik, aber komplett zusammen, sodass wir die Integrationsprozedur für den PFM, für den Flugmodell, 100% getestet haben. Und ähnlich passiert mit diesen Dämpers. Ich komme zu den Studenten und sage, Mensch, wir brauchen etwas, sodass eine Plade von drei Kilo abhebt, aber sie soll keine Beschleunigung haben, weil das hat eine Reaktionsrad, die eigentlich 20.000 Euro kostet, also sollte der Wetter nicht kaputt machen. Es soll auch nicht wegfliegen können, falls es eine unerwartete Bremsung gibt und da kommen die Studenten dann mit ihren Ideen und das ist, das finde ich so ein typisches Ergebnis von dem Vibes-Programm. Die drucken dann 3D, es gibt diese neue Filamente, die flexibel sind und in ein paar Wochen kommt ein Student und hat so ein Prototyp gebaut. Wir haben das getestet und es hat funktioniert. Ja, so ein Detail, das mir ganz gut gefällt an dem Dämpfer, den ich gerade in der Hand habe, ist, es gibt eine Struktur, die man relativ leicht zusammendrücken kann und man kann anscheinend dort noch andere Waben im rechten Winkel hineindrücken und da wird es dann deutlich schwieriger und das haben sie wohl so zusammengesteckt, dass man an der Stelle deutlich mehr Kraft braucht. Das finde ich sehr schick ausgedacht. Ja, das ist ein typisches Beispiel. Ich meine, wir studieren hier Luft- und Raumfahrt in der Fakultät 5, das ist Maschinenbau und so etwas zu konstruieren, Design rauszulegen, das ist für die Studenten wirklich, ich spreche, ich habe nicht extrem viel Zeit, weil eine Hochschule für angewandte Wissenschaften haben wir Professoren auch relativ hohe Lehrlasten, aber die Studenten sind extrem motiviert. Ich komme mit diesen Ideen, ich sage, guck, die Kampagne, die letzte Kampagne war so und so, wir brauchen dies und das, überlegt euch was, weil ich habe nicht die Zeit jetzt mit einer Firma zu sprechen, macht mir ein Konstrukt aus dem und dem und so weiter reden und in wenigen Tagen bis Wochen Studenten, die hier ihre Bachelorarbeit oder studentische Hilfsverträge oder manche freiwillig arbeiten, kommen mit solchen Ideen, wir probieren es aus, genau weil die Leute von ZAM uns die Kapsel zur Verfügung gestellt haben, schreiben alles zusammen und fangen an die Platte zu werfen und gucken, wie es sich verhält und dann machen wir weiter. Das ist auch ein bisschen der Vibes-Approach, viel ausprobieren und weniger designen und Vorhersagen und so weiter. Wir denken uns das aus und das Gute ist, wir suchen auch die Möglichkeiten, womit wir das machen können. Das Gute ist, wir können zusammengehen, dann zweite Testkampagne, optimieren, fahren und dann kommen wir zurück und bereiten die dritte Kampagne vor. Was wird denn an weiteren Testkampagnen vor dem Start noch stattfinden? Ja, wir haben von diesem Integrationsmodell gesprochen. Gut, wir haben die Testkampagne an ZAM, womit wir das Messsystem entwickeln. Dann haben wir dieses Integrationsmodell, das machen wir hier an der Hochschule. Das nächste Modell wird ein sogenanntes, und das macht man auch in der Raumfahrt, ein sogenanntes Struktur-Thermal-Modell sein. Das heißt, wir werden die Struktur, so wie die Flugstruktur ist, herstellen und mehrere Komponenten da einbauen und dann das Ganze schütteln und also die ganzen mechanischen Lasten und thermalen Lasten darauf anwenden, um zu gucken, ob unser Design, unsere Vorhersagen das betreffen. Und das können wir auch hier an der Hochschule machen, weil wir Shakers haben und am ZAM-Modell haben sie auch Shakers, die sie schon zugesagt haben, dass sie uns zur Verfügung stellen werden. Das ist das nächste Modell. Dann werden wir diese Shaker-Tests und Thermaltests fahren. Wir haben hinter ihnen steht noch so eine sogenannte Avionics-Verification-Plattform. Das ist so, das ist diese runde Platte. Da testen wir die Funktionalität von dem Satellit, also nicht nur die Struktur und Thermal, sondern wie verhält sich wirklich. Das ist eine große Expertise hier am IAT, sogenannten Gaslager, gasgelagerte Satelliten. Das heißt, diese Platte kommt auf eine runde Kugel, auf eine Halbkugel. Die Halbkugel kommt auf einem Gaslager und die kann sich dann bewegen. Die kann sich drehen in drei Achsen und dann dieses Gaslager kann auch links X und Y auf einen Horizontaltisch fahren. Und da werden wir die ganze Elektronik, Software, das Verhalten von dem Satellit testen. Viele Satelliten, viele CubeSats, das Problem, das sie haben, ist, dass sie nie gefunden werden. Das nennt man so Dead on Arrival. Und wir werden dafür sorgen, mit diesem Avionics Perification Plattform, dass so weit es geht, nicht der Fall ist. Das heißt, wir werden genau die Prozedur, die Einschaltprozedur von dem Satellit genau da testen. Wir werden so den Switch drucken, wenn der Satellit aus der Rakete rauskommt, dann kommt es so einen Switch, das die Batterie mit dem Rechner verbindet. Und da fährt er hoch. Und wir können das genau hier eins zu eins nachvollziehen. Also die Funktionalität, der wird sich dann drehen. Wir werden eine künstliche Sonne darstellen und er soll dann die Sonne finden, die Batterie laden, versuchen mit der Erde Kontakt zu finden. Wir werden so eine Fake-Groundstation hier stellen und dann gucken, ob wir die Radios sich finden und so weiter. also die ganze elektronische Funktionalität, sodass wir mit gutem Gewissen sagen können, ja, das wird funktionieren. Das ist angelehnt an das typische Engineering Model Programm, das man in den Raum fährt, aber dann sehr iterativ. Und als letztes kommt das Flugmodell. Das wird zusammengebaut, viel weniger getestet. Mein Ziel ist dann, das Flugmodell auf diese Avion-Experification- Plattform auch zu stellen, sodass er sich drehen kann und dass wir die ganzen Algorithmen on-ground testen können. Und damit ist im Prinzip das Satellit fertig. Passiert zwischen dieser Fertigstellung des Satelliten und dem Start noch etwas? Wird man den nochmal irgendwo fliegen? Parallel zu diesen Testkampagnen und zu den Entwicklungsmodellen von dem richtigen Satelliten bewerben wir uns auch, bevor wir auf die richtige Rakete fliegen, wollen wir das testen mit Ballons. Es gibt das sogenannte Backstools-Programm vom DLR. Da werden wir uns auch bewerben und auch Rexus. Da gibt es Forschungsrakete genau wie die Aquasonic. Ich meine, wir verwenden auch die Aquasonic, da die Elektronik sehr ähnlich ist wie unsere. Das ist auch so eine Art Entwicklungsplattform für uns. Aber wir werden uns auch bewerben für den Start mit dem Rexus-Programm in einer Forschungsrakete. Und dann gehen wir zum Launch Authority. In unserem Fall, wir sind jetzt in einem Programm von DLR, wo wir uns beworben haben für den Startplatz mit der Rakete von Rocket Factory Augsburg nächstes Jahr. Und da wäre unser Launch Supplier Rocket Factory Augsburg. Das wurden wir übergeben an sie und sie wurden das von Schottland an Startplatz da neben den britischen Inseln starten. Sie erwähnten gerade schon, dass man zur Bodenstation sendet. Wie wird das in diesem Falle passieren? Wer wird die Daten empfangen? Wir haben eine Bodenstation hier an der Hochschule Bremen. Wir arbeiten gemeinsam mit der Fakultät vier in unserem Institute of Airspace Technologies und sogar noch eine Fakultät, die Wirtschaftsfakultät ist auch drinnen. Wir arbeiten interdisziplinär und wir besitzen schon eine Bodenstation da am Gebäude E in der Neustadtswahl am höchsten Gebäude von der Fakultät und OHB besitzt auch eine Bodenstation in Bremen Nord und die haben sie uns auch zur Verfügung gestellt als Partner von dem Projekt. Nun ist es vom Ja, wir werden in unserer Mission eine sogenannte SSO-Bahn Sun Synchronous Orbit bei 500 Kilometer Höhe und da ist die Periode von der Bahn 90 Minuten und man hat so eine Revisit Time von mehrere Tage. Das heißt, jede paar Tage werden wir Daten von dem Satelliten empfangen können. Dazu kommt es auch noch das sind unsere Baseline Boden Station. Aber dazu kommt noch, dass wir versuchen auch, wir haben das Programm jetzt gestartet und wir versuchen auch mit anderen CubeSat Betreiber in Verbindung zu setzen. Und wir hoffen dann, dass wir andere Bodenstationen von anderen Universitäten oder andere CubeSat Provider auch mitbenutzen können. Das ist auch gang und gäbe in dieser großen Community. Das ist noch ein Vorteil von diesen Entwicklungen in Space, die gerade stattfinden. Nun ist der Plan 2024 zu starten. Ich habe verstanden, ein Jahr soll der Satellit funktionieren. Man möchte ein Jahr Daten sammeln. Wie geht es danach weiter? Gut, ein Jahr möchte ich auch ein bisschen eingreisen. Das wäre, was wir erwarten, dass wir im Orbit bleiben würden. Aber wir brauchen nicht das ganze Jahr gemessen zu haben, um die Mission erfolgreich zu erklären. Unsere nominelle Missionsdauer sind so drei Wochen. Nach drei Wochen können wir alle Ziele von der Mission erfüllen. Und wir sind sogar flexibel auf kleinere Missionszeiten, weil wir haben die Mission so flexibel entworfen wie möglich. Man möchte auch bei unterschiedlichen Raketen fliegen können, auch bei unterschiedlichen Performance von diesen Raketen. Man möchte bedenken, wir bewerben uns jetzt auf die ersten Raketen, kleinskaligen Raketen, die in Deutschland entwickelt wurden, wie RFA-1, High Impulse, ISAR, Aerospace. Und wir wissen nicht, da die ersten Prototypen sind, werden sie die nominelle Performance erreichen, oder werden sie vielleicht ein kleineres, niedrigeres Perigeum erreichen, nicht die ganzen 500 Kilometer, sondern ein bisschen niedriger. Da wurde man anfangen, ein bisschen Abbremsungserscheinungen in der Atmosphäre haben und da würden wir viel schneller runterkommen. Unsere Mission ist so designed, dass wir damit auch klarkommen. Angenommen, Sie wären trotzdem weiter oben und hätten die Zeit, haben Sie Ideen, was Sie mit der Zeit machen könnten, oder würden Sie sagen, wir sind nach drei Wochen durch, wir binden die Kapazitäten der Bodenstation auch nicht weiter, im Prinzip schalten wir schon ab? Nein, wir wurden nie selber einschalten. Normalerweise die Missionsdauer sind so ausgelegt, bei größeren Satelliten, genau wie Sie sagen, dass man die Ground Station Ressourcen, die sehr teuer sind, nicht allzu lange bindet. Bei uns wurde der Betrieb auch weiterhin durch studentische Projekte, durch feste Mitarbeiter abgedeckt. Das heißt, wir wurden auf jeden Fall so lange versuchen, Daten von dem Satelliten zu empfangen wie möglich und dafür haben natürlich auch schon andere Testmodi und mehr Sachen, die wir testen wurden. Die Idee ist zu untersuchen, wie gut sind meine Bilder unter allen möglichen Konfigurationen von den hybridischen Reaktionsrädern. Und wir haben viele Frequenzen, vier bis zu vier Reaktionsräder, gut, vermutlich würden wir drei fliegen, und unterschiedliche Aufnahmeszenarien. Das heißt, da sind die Kombinationen so ausgiebig, dass wir bis zu letzten Minuten versuchen wurden, weitere Bilder zu nehmen, weil man weiß nicht, ob man noch später mit den aufgenommenen Bildern auch neue Algorithmen entwickeln kann, um die gemessene Performance zu verbessern. Das heißt, das wäre so unser Schatz, womit wir dann weitere Algorithmen entwickeln wurden. für On-Ground und auch in Orbit. Angenommen, wir sind da fertig und haben alle unsere Testmodi, die Haupt-Testmodi in drei Wochen abgefahren, wir wurden dann anfangen, neue Algorithmen für das Software-Defined Radio auszuprobieren und auch für die Stabilisierung von der Kamera auszuprobieren. Vibes Pioneer ist der Erste. Was kommt danach? Gut, wir haben jegliche Subsysteme von dem Satelliten, die wir digitalisieren möchten. Und da werden wir in weitere Richtungen gucken. Das Nächste, was wir mit OHW planen, ist, dass wir nicht nur diese mikroschnelle Vibrationen angucken von den Reaktionsrädern, sondern die etwas langsameren. Wenn Sie sich vorstellen, unser Satellit wird hier vier Flaps haben, die Solarpaneele werden so ausklappen und die werden natürlich durch einen kleinen Scharnier an den Satelliten gehalten. Das erzeugt dann Taumel Modes, die langsamer sind in dem Satellit, aber die Performance genauso beeinträchtigen. Wenn ich in dem Satellit ein Manöver durchführe, der Satellit ist nicht mehr ein starren Körper im Raum, sondern der hat flexible Teile, Solar Arrays, Antennen, Sunshields, die dann dazu beitragen, dass der Satellit ein bisschen flexibel ist. Das wollen wir auch charakterisieren. Das heißt, langsamere Frequenzen. Von da aus geht es in alle Subsysteme. Ich habe schon eine Erfindungsmeldung für ein Digitalkontrollsystem für Temperatur. Wir wollen die Temperatur optisch regeln. Das wäre der nächste Versuch. Wir wollen auch den ganzen Harness von dem Satellit versuchen zu minimieren, weil für Power denke ich werden wir immer Harness brauchen, aber für die Daten, so wie Handys heute kommunizieren, so wie Rechner miteinander kommunizieren, ich denke das können wir eins zu eins in den Satelliten übernehmen, dass die Daten kabellos geschickt werden. Das wäre Digital Harness, Digital Avionics, Digital Thermal Control. Mit den Kommunikationen würden wir auch das versuchen zu digitalisieren und dann wollen wir Richtung nicht nur dem Satellit, sondern System of Systems zu gehen. Wir würden optische Kommunikationen zwischen den Satelliten bauen und dann versuchen damit so ein großes System zu bauen aus kleineren Teilen. Da bin ich super gespannt und wünsche wahnsinnig viel Erfolg für all das, was Sie vorhaben und dass der Start nächstes Jahr gelingen möge. Ich bin super gespannt darauf, was daraus wird. Haben Sie vielen, vielen Dank. Ja, ich danke auch. In die Fragen an Professor García sind mir zwei falsche Worte hineingerutscht. Einmal fragte ich nach Mikrogravitation, meinte aber Mikrovibrationen, das hat Professor García ja direkt korrigiert und bei der Beschreibung der Größe eines 3U Kennsets sprach ich von einem Kubus, gemeint war hier natürlich ein Quader. Nach dem Gespräch mit Professor García konnte ich vor der Rückreise noch kurz mit Tim Gust sprechen. Er hatte mir das Vibes-Projekt und den Satelliten Vibes-Pionier vorgestellt. Ich bin Student hier an der Hochschule Bremen, ich studiere Luft- und Raumfahrttechnik und arbeite nebenbei als studentische Hilfskraft im Vibes-Projekt mit. Wer ganz, ganz, aufmerksam diesen Podcast verfolgt, hat deine Stimme schon mal gehört im Zusammenhang mit Kennset. Jetzt sind wir an der Hochschule hier, wie ist die Brücke von da nach hier? Tatsächlich ziemlich direkt würde ich behaupten, ich habe 2016 am Kennset Wettbewerb teilgenommen, das war für mich so das ausschlaggebende Projekt, wo ich dann am Ende gesagt habe, ich möchte das auch studieren oder was in der Richtung auf jeden Fall später machen und habe dann zwei Jahre später mein Studium hier an Gonnen, bin im Kennset Wettbewerb auch immer treu geblieben, habe lange im Orga-Team mitgewirkt in unterschiedlichen Funktionen und ja, jetzt baue ich den oder arbeite mit an einem weiteren Satelliten, diesmal kein kleiner Kennset, sondern ein bisschen größer, ein 3U-Cubeset, Vibes-Pionier und der wird dann auch ein bisschen höher als die 1000 Meter beim Kennset Wettbewerb fliegen, sondern wahrscheinlich hoffentlich seinen Weg ins All finden im kommenden Jahr. Ja, das ist ja ein sehr konsequenter Wechsel, also vom Kennset, der 1000 Meter hoch fliegt, jetzt zu einem Satelliten, der wirklich ins All fliegen wird. Die Rede ist von Vibes-Pionier. Im vorigen Interview, das ich heute schon geführt habe, war ja schon sehr viel Rede davon, worum es darum geht. Was ist deine Aufgabe im Projekt? Ich bin Mission Manager bei uns, das heißt, ich kümmere mich um alles, was zur Planung der Mission gehört. Das geht von organisatorischen Aufgaben wie Projektmanagement zu Personalmanagement. Wir sind eine Truppe von über 20 Studierenden mittlerweile, die alle in unterschiedlichen Funktionen am Projekt mitwirken, teilweise als Bachelor- oder Master-Randen, teilweise als studentische Hilfskräfte. Wir haben ein paar Freiwillige auch dabei, die ihre Freizeit investieren und einfach Lust haben, mit an diesem coolen Projekt zu arbeiten. Das koordiniere ich zusammen mit den Leuten, die hier an der Hochschule für solche Sachen festangestellt sind, bin verantwortlich für das Gesamtsystem unseres Satelliten, also die Systems Engineer oder einer unserer Lead Systems Engineers, also gucke, dass alles am Ende auch zusammenpasst, dass wir nicht nur einzelne unabhängige Systeme haben, die alle toll alleine funktionieren, aber nicht zusammenspielen können, sondern eben, dass wir wirklich ein integriertes System haben am Ende, wo alles miteinander funktioniert und genauso läuft, wie es soll. Hier im Labor an der Hochschule habe ich jetzt heute hier mehrere Aufbauten gesehen. Das eine sind die Platten, die im Gravitower Pro im ZAM mit zum Testen gewesen sind. Was habt ihr darauf aufgebaut? Darauf haben wir eine kleine Platte gehabt, auf der wir ein Reaktionsrad befestigt haben, sowie verschiedene Messsensoren. Und diese Platte löst sie sich von ihrer Aufhängung und schwebt für einige Sekunden tatsächlich nahezu schwerelos im Raum. und da können wir entsprechend unser Messsystem unter ähnlichen Bedingungen wie sie auch im Weltraum, also unter Mikrogravitation, Schwerelosigkeit ausprobieren und testen, gucken, ob die Sensoren funktionieren, ob man etwas erfassen kann. Und das ist ein ähnlicher Aufbau wie den, den wir auch hier neben uns stehen haben. Nur dieser Kasten, den wir hier sehen, da ist diese Platte an vier Federn aufgehangen. Das ist eine sogenannte Free-Free-Konfiguration. Also da ist das Ding auch nochmal losgelöst quasi und auch dort können wir verschiedene Messungen mitmachen. Du hast mir heute ein Foto gezeigt, das ihr mit diesem Aufbau gemacht habt, mit der Platte, die an den Federn hängt und an der gegenüberliegenden Wand war ein Testbild aufgehängt und dort konnte ich den Unterschied sehen mit rotierenden Rad und ohne und da war tatsächlich, obwohl das eigentlich super ausgewuchtet ist, dieses Rad, tatsächlich eine Bildverschlechterung sehen, das liegt an diesen Vibrationen? Ganz genau, dadurch, dass sich das Rad dreht, das ist wie, wenn man sich mal zu Hause seine Mikrowelle anmacht und dort irgendwas oben drauf stellt, dann weiß man das ja auch, es fängt an sich zu bewegen, wenn man Teller oben ein wegen drauf hat, dann merkt man, der wandert so ein bisschen hin und her und den gleichen Effekt erlebt die Kamera auf dieser Platte in dem Moment, wo das Reaktionsrad angeworfen wird, eben auch. Oder wie, wenn man versucht, ein Foto zu machen, ein bisschen zittrige Hände hat. Und was wir mit unserem Messsystem machen wollen, ist zum einen genau diese Vibrationen, die dort ausgelöst werden, erfassen und dann konstruktiv, aber auch durch Softwarelösungen diese negativen Effekte, also diese Vibrationen, diese Verschwimmungen quasi ausgleichen. Gibt es irgendwo im Netz Material, das man sich mal anschauen kann, wenn man sich für euer Projekt interessiert, auch mit Vorher-Nachher-Bildern oder solchen Sachen? Wir haben eine Projektwebseite, die man bei uns findet, die wird vielleicht bei dir in den Show Notes dann verlinkt, sein. Wir haben vor einer Weile dem Zahm im Rahmen unserer zweiten Gravitower- Protestkampagne ein Interview gegeben. Auch da sieht man so ein bisschen Bewegtbilder tatsächlich mal, wie die Kapsel mit unserem Experiment hoch und runter fällt. Das ist ganz spannend anzusehen. Wir sind im Aufbau dabei, dass wir gerne mehr teilen wollen, auch von dem, was wir hier machen, weil es ist eine unglaublich spannende Arbeit und das ist für alle, die hier eigentlich mitwirken, auch so die große Faszination an der Geschichte. Ich meine, wir sind alles Studis hier. Für viele ist es das erste Mal, dass man konkret an einem Projekt mitarbeitet. Ich meine, wir sind eine Hochschule der angewandten Wissenschaften. Wir haben ein sehr praxisorientiertes Studienprogramm mit vielen Projekten. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob man für ein Semester an etwas arbeitet und dann ist das abgeschlossen oder ob man, wie wir hier, tatsächlich die Möglichkeit haben, an etwas zu arbeiten, was in vielleicht einem Jahr, wenn alles gut läuft, ins All fliegt. Also ich bin noch groß geworden mit den Space Shuttles und fand das faszinierend, wie diese großen Raketen da abgehoben sind. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass so knapp 10, 20 Jahre danach ich hier sitze gemeinsam mit dem Team und wir arbeiten daran, dass das, wo wir täglich unsere Hände dran haben, vielleicht nächstes Jahr wirklich im All fliegt. Das ist schon eine unfassbare Motivation, eine einmalige Gelegenheit, die ja auch wirklich was ganz Besonderes ist. wo siehst du dich in einigen Jahren, wenn du mit dem Studium durch bist? Oh, das ist eine spannende Frage. Ich denke mal irgendwo in der Raumfahrt, weil es ist ja das, was mich schon mein Leben lang fasziniert und wir haben ja auch eben schon am Anfang gesagt, Kenzert und das Studium, jetzt bauen wir einen Satelliten. Das ist ein doch relativ linearer Weg irgendwo. Davon kann ich mir gut vorstellen, dass es auch in die Richtung weitergeht. Man weiß natürlich nie, was einem noch so über den Weg läuft, aber ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt auf die Zukunft. Ich darf ab September diesen Jahres in Augsburg bei Rocket Factory Augsburg mein Pflichtpraktikum hier absolvieren. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Auch das ist ein Unternehmen, was ich persönlich sehr faszinierend finde, die auch einen durchaus ähnlichen Entwicklungs Approach fahren, wie wir das bei Vibes machen. Einfach sich Lösungen suchen aus der Industrie, Dinge, die vorhanden sind und die für Weltraumanwendungen nutzbar machen. Da bin ich sehr gespannt, was ich da alles lernen kann und mitnehmen kann. Wenn es mir da gefällt, möchte ich gar nicht ausschließen, dass das nicht auch vielleicht ein weiterer Weg für mich sein kann. Aber das ist was, ja, wo ich Schritt für Schritt gucke. Ich würde gerne noch ein Master hinten dranhängen, aber das ist Zukunftsmusik. Fürs Erste ist es jetzt mal Schritt für Schritt. Und ja, ich würde es unfassbar cool finden, wenn einfach nächstes Jahr Vibes Pioneer ins All fliegt. Das wäre schon ein, ja, ich sage es wie es ist, das wäre unfassbar geil. Wenn Vibes jetzt geflogen ist und ihr Daten habt, du sagst Master hinten dranhängen, wirst du am Folgeprojekt noch tätig sein? Müssen wir mal schauen. Ich werde meinen Master wahrscheinlich nicht an der Hochschule Bremen machen, das ist zumindest mein Plan aktuell, einfach weil das, was ich gerne im Master machen würde, hier nicht angeboten wird. Wir haben ein cooles Masterprogramm, was auch auf dem Bachelor, den ich hier gemacht habe, aufbaut. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen mehr in die Systems Engineering Richtung schauen, auch speziell in Bezug auf Informatik, Mechatronik, was einfach Module waren, die mir jetzt im Bachelor sehr viel Spaß gemacht haben und die im Master hier zumindest einfach, weil das Programm einfach anders gestrickt ist, nicht so die Priorität haben, die ich gerne hätte für diese Module. Ich würde mich aber auf jeden Fall freuen, weiter daran mitarbeiten zu dürfen. Es ist, ja, für mich ist Vibes Fein hier schon so ein bisschen mein Baby, muss ich sagen, an der Stelle. Wir haben halt 2021 bei Professor Garcia im Rahmen eines Moduls mit drei Kommilitonen von mir ein Proposal geschrieben als Studienarbeit über ein CubeSat und danach sind wir zu ihm gegangen und haben gesagt, ey, können wir das nicht irgendwie umsetzen? Können wir nicht irgendwie eine AG draus machen? Da durfte ich im Semester danach bei uns in einem Masterprogramm mitarbeiten, wo tatsächlich ein 3U-Cubesat entwickelt wurde oder geplant wurde für das ESA-Programm Fly-Your-Satellite, was Studis ermöglicht, kostenlos ein 3U-Cubesat ins All fliegen zu lassen und das war ein sehr spannendes Projekt, wo ich extrem viel gelernt habe und wir haben dann letztes Jahr, als es die Ausschreibung vom DLR gab für eine kostenlose Mitfluggelegenheit, gesagt, okay, wir haben jetzt zweimal quasi das schon erste Erfahrung gesammelt, wie man sowas machen könnte, wir machen das jetzt und wir haben letztes Jahr im Juni Vibes Pioneer angestoßen, das heißt, die Entwicklung an dem Satelliten selber ist tatsächlich auch noch relativ frisch und es ist ein sehr knackiger Zeitplan, den wir mit dem ganzen Projekt fahren, aber die ganzen einzelnen Komponenten, die Experimente, unsere Payload, die Systeme, zum Beispiel auch das Software-Defined Radio, was vorhin schon angesprochen wurde, das sind alles Dinge, die ja, schon länger in der Entwicklung sind und wir sind jetzt dabei, die Sachen zusammenzubauen und das ist unglaublich faszinierend, ich vergleiche es immer gerne mit einem, ja, mit einem Lego-Baukasten irgendwo, wir haben ganz viele bunte Steine eigentlich auf unserem Tisch liegen und schon eine ganze Weile, aus denen man eine ganze Menge toller Sachen machen kann und wir sind jetzt gerade dabei, uns diese Steine rauszupicken und daraus unseren ersten Satelliten zusammenzubauen und diese Möglichkeit zu haben, ist bombastisch. Da wünsche ich wahnsinnig viel Erfolg und auch weiterhin genauso viel Freude, wie ich in deinem Gesicht gerade sehen kann und toi, 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 toi für den Start 2024. Ja, vielen Dank, mal schauen, vielleicht können wir im nächsten Jahr vor Ort drüber reden, wie Vibes Pioneer auf der Startrampe steht, das wäre mir ein großes Vergnügen und es wäre absolut klasse. Ja, da wäre ich auch gerne dabei, versuchen wir es. Danke dir. Vielen Dank an Professor Antonio García und an Tim Gust für die Gespräche. Wie immer habe ich natürlich eine Linksammlung zum Thema zusammengestellt, zu finden ist diese unter aufdistanz.de auf der Seite zu dieser Episode. Auf Distanz ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, diese Rubrik, da geht es immer ein bisschen um den Podcast selber und was sonst so anlag. Anfangen möchte ich dieses Mal mit einem kurzen Rückblick auf die MS Wissenschaft. Am 19. Juli 2023 gab es von der MS Wissenschaft die Science Watch Party in der Schauburg Dortmund. Das ist ein Kino, der Saal war gut besucht und wir schauten dort den Dokumentarfilm Apollo 11. Danach begrüßten Nikolaus Wörl vom Podcast Methodisch Inkorrekt und ich Sonja Bruns vom Europäischen Astronautenzentrum auf der Bühne. Wir schauten auf Apollo 11 zurück, schauten aber hauptsächlich auf die aktuelle Raumfahrt und warfen einen kleinen Blick voraus. Ich fand den Abend sehr gelungen. Danke an alle, die da waren. Am nächsten Tag ging es dann für mich wieder nach Dortmund. Martin Rützler, Nikolaus Wörl und ich waren auf der MS Wissenschaft zu Gast und nahmen eine Podcast Episode für Radio Mono.net auf. Das ist ein Podcast von Martin Rützler und die jährlichen Aufnahmen zur jeweils aktuellen Ausstellung im Schiff, die sind schon fast eine Tradition. Dieses Mal ging es um unser Universum und unsere Aufnahme dazu ist bei Radio Mono.net zu finden. Einen Link gibt es dazu natürlich in den Shownotes. Im Zusammenhang mit der MS Wissenschaft möchte ich noch ein paar BesucherInnen des Apple Tree Garden Festivals grüßen. Die haben uns auf der Podcast Aufnahme auf dem Schiff gesehen und erkannten mich auf dem Festival wieder und sagten Hallo. Viele Grüße an euch. Und natürlich möchte ich auch dieses Mal wieder Danke sagen. Seit der letzten Episode gab es finanzielle Unterstützung von Ralf, Karl Matthias, Sebastian und Norbert. Vielen, vielen Dank euch. In der nächsten Episode geht es um das dunkle Universum. Mit der ESA-Raumsonde Euclid möchte man mehr über dunkle Materie und dunkle Energie herausfinden. Ich sprach mit Dr. Kai Nöske von der ESA über den Start der Sonde und über die Wissenschaft der Mission. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald. Bis bald.